SWAG BITZ Jo Leute, willkommen ein neues Video von mir Ihr könnt mal in die Kommentare schreiben Ich bin ein bisschen 100 Levits geht das Ich kann ein bisschen labern Aber nicht komplett 100 Level Ich bin nur Neuigkeiten sahen Dass ich ein Bauprojekt mache Das erste Level habe ich nochmal So wie peilig ist das denn Ein Puls sind hochbehindert geworden Ich mache mal noch ein Video wo ich meine eine Map Zeige Jetzt Meine eine Map zeige Möglich komplett meine eigene Map Gebaut habe Ihr könnt man in In die Kommentare schreiben Wie ihr meine Intros findet Ich muss mal springen Hallo springen nochmal Wenn ich meine Intros finden Einfach in den Kommentaren Wenn ihr die Einzel Sehen wollt Ohne dabei Irgendwie Warum Verlinke ich auch noch in der ersten Video Beschreibung Sind die beiden Videos So zu finden Als geschnitten Ich kann auch Ungeschnitten Rhein Ballern Alter warum schaffe ich Ist halt nicht Ich nehme das jetzt um 22 Uhr 49 auf Am Montag noch Achso Achso Ähm Ja Ja Mann Geschafft 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 Nein 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 Und mehrere Pücken natürlich Es gab mehr Halt nicht Nein Leute das schaffen wir noch Was drauf Ich schneide das zum ersten Mal meine eigene Videos Können wir in den Kommentaren schreiben Wie ich das mache Sehr gut Oder schlecht Ach Scheiße Ich muss Ok Leute ich weiß wie das funktioniert Ich weiß wie Könnt man gerne Runterschreiben Wenn ihr noch mehr Parkourwebs einfach so aus spaß sehen wollt Gerne bei den Kommentaren Wurste gleich Schauen Ihr könnt auch mal auch mal einen Kommentaren schreiben Soll ich mal ein Video Wie ich Einlässchen machen Wie ich baue Gerne Was war das Bin ich jetzt unten aufgestoßen Sehe ich alles im Video Alter selbst Ne Hilfe Leute das schafft man gar nicht Ich bin ich gerade im Urlaub Bin ich richtig bescheuert Alter Schwede Ne Schnell aufhören Wir unseren Auf meinen Discord Server Ich bin ich hier Ich bin hier Und wir müssen andere Paarquormap Hier können wir jetzt hier sehen Ich habe kurz auf meine Map auf meiner meinung könnt ihr unterschreiben wie ihr eine seite feiert wir starten das mal für wir wie ihr auf eine eine seite schon feiert sieht man es nicht so ist das wo man spawnt hier sieht man fast nichts am lokal sind auch beim roten sind die manchmal die wirklich sind schwer ich habe selbst noch nicht geschafft hier das ist die ganze seite dann gibt es noch eine rote seite ja ja das müssen wir schaffen das müssen wir heute schaffen das müssen wir schaffen nein ist ist gestorben und gerade so noch ja ja wenn ihr auch mal ein blog sehen wollt doch keine kommentaren schreiben ihr könnt so viele fragen ich liest gerne eure kommentare jetzt haben wir jetzt haben einwand da ist nur die zwei aus passiert mit ich habe ich eigentlich auf die drei prozent geworden warum was auch hier den nächsten ja mann wie das jetzt gespielt heute ist nur noch hat noch zahlen rande so nicht komplett fertig wenn ihr wer bot hat dass ich die map veröffentlichen soll soll man dann in den kommentaren schreiben das schaffen locker sie ist nein ich kann gerne jetzt irgendwann auch mal reinschreiben wie wie ich gestorben bin wir auch mal richtig schön wie viel versuch brauchte ich jetzt brauche ich muss ich habe ein null ab in alter gehabt was kann man wieder nicht machen sollte doof ich muss darüber ich komme an den rüber zu fett und meine meine eine und schafft sie selbst nicht noch nicht mal und schaffe ich selbst die noch nicht mal wie los bin ich denn jetzt passiert nichts h bei einem und muss zwar wesentlich was wir schauen wir das jetzt auf einmal nein weil das habe ich mal auf oder einfach komplett auf werden dann geschafft nur einfach so ist sie gerne oben weiter mit fein noch nicht nur sind sie haben sie hier angekündigt und hier weiter hier weiter und dann seht ihr auch die andere seite die rote seite auf alles kommt hat alles war mit geld sie hier so wie das hier denn kommt da übelst komplett alles rot da ist so eine wie nennt man das so ne hier kommt auch noch das gleiche wie nennt man das kann vergessen halt muss man halt am anfang mit dem gen pack bis am ende mit fliehen weil wisst ihr und wenn das video euch gefallen hat lasst gerne ein leitender namen oder haut rein euer fordnergamer bis zum bis zum morgen bis morgen bis mit video haut rein euer fordnergamer peace aus